Wir sind jetzt hier mitten im Busch und voll viele Leute stehen hier. Ich weiß nicht, dass ich hier oben bin. Akuda! Sachi, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Einfach, nur ein bisschen durch. Hier ist eigentlich gar kein Weg für Autos, aber wir fahren hier trotzdem durch. Ich kann auch nicht verändern. Wir machen hier alles nieder. Oh, Junge, Junge, Junge. Und ganz so alle Kinder folgt uns. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier, oder? Ja, wir sind hier. Vielen Dank.